original oder fälschung die frage klären wir heute beziehungsweise was ist besser das lego original oder die china kopie oder wo liegen die unterschiede das will ich heute mit euch rausfinden freunde und zwar anhand dieses modell ziehe das ist das 755 32 scout trooper und speeder bike von lego star wars ja das habe ich hier in original lego ausfertigung auch schon bereits gebaut eines meiner wenn ich glaube sogar mein allererstes lego bau video hier auf dem kanal ich verlinke euch das noch mal hier oben dort könnt ihr euch das gerne anschauen das hat mich damals wieder so zum bauen gebracht das teil hier und hier haben wir noch mal die original box so wird es angeliefert eine große box mit großem aufdruck sieht alles schön und schick aus so wie man das von lego her kennt und dann habe ich mir jetzt mal als ich das gefunden habe die kopie geholt von china und die kommt ja in der verpackung hier das ist schon ein unterschied vor allem auch von der größe also die lego box die ist mal eben doppelt so groß wie sie sein müsste aber kein problem das kennen wir ja schon dann haben wir bei lego natürlich noch eine große anleitung mit dabei lego star wars typen bezeichnung und natürlich einem guten druck und wir haben dann noch eine anleitung natürlich auch bei der china kopie und die auch die ist wie man hier sehen kann ein gutes stückchen kleiner aber der aufdruck ja der ist einfach mal hier raus kopiert und im prinzip vorne abgeschnitten da kann man das schön sehen also das haben sie etwas zusammen gestützt und wir schauen uns die gleich noch mal ganz nah beieinander an hinten übrigens ja auf der original lego anleitung sehen wir noch ein paar weitere lego star wars set ja und hier auf der ich weiß gar nicht was für eine marke das ist es steht nämlich nichts dabei auf jeden fall endet die hinten mit der teile liste tja und so sieht dann eben noch das ja noch gepackte modell aus hier von unserem chinesischen klemmbaustein hersteller ich kann euch nämlich gar nicht genau sagen welcher hersteller das ist ich zeige euch das mal eben als ich das hier gefunden und gekauft habe da steht mal dabei levi huan star wars kaiser storm scout trooper speeder hat nur 13 euro 88 gekostet und das mal im vergleich jetzt hier bei amazon zahlt man für das original set hier knappe 60 euro und das für knapp über 400 teile also wir vergleichen 60 euro zu 13 euro oder wenn man es vielleicht irgendwo im angebot findet 40 euro zu 13 euro auf jeden fall mal original gegen kopie so jetzt schauen wir uns mal hier die anleitungen noch aus der nähe an und wir beginnen einmal hier mit der original anleitung ich zeige dir euch mal kurz wie die von innen aussieht wie hier die druckqualität ist ganz lego typisch ist das alles gut mit kleinen bauabschnitten wird hier erklärt wie zusammengebaut wird lässt sich alles wunderbar verstehen so dazu im vergleich die kopie anleitung auch die schauen wir mal kurz durch und auch hier ist die druckqualität ja ich würde sagen ein klein wenig und schärfer als im original moment ich gehe mal hier eben auf die gleiche seite dass wir das vergleichen können und da kann man das sehen wenn man ganz genau hinschaut hier ist die druckqualität nicht ganz so klar und ganz so sauber wie hier also etwas weniger aufgelöst und auch vor allem schaut her das ist kleiner gedruckt also das könnte unter umständen für den ein oder anderen ausschlaggebender sein dass das hier etwas kleiner gedruckt ist die ganze anleitung ist eben zusammen geschrumpft aber dennoch finde ich ist hier alles gut erkennbar und ja sieht auf jeden fall so aus als könnte man da gut mit bauen wobei es sieht hier schon sehr abgeschnitten aus schaut mal her hier sieht es doch aus als würde da was fehlen bauabschnitt nummer 60 ich suche mir den mal hier schnell raus die 60 und will mal schauen was das dann für ein bild hier ist 59 ja da kann man es ja natürlich da kann man es ganz deutlich sehen da wurde hier ja nur noch das wesentliche gezeigt also bauabschnitt nummer 60 da haben sie eingekringelt was hier dran gebaut wird und hier geht eben der fall noch drauf und vor allem hier unten ist abgeschnitten und hier ist noch alles zu sehen also die haben hier echt am material am papier gespart und haben natürlich hier bauabschnitt 60 ist bei lego eine komplette seite genau wie bauabschnitt 61 eine komplette seite und da werden insgesamt verbaut 123 ja vier teile auf zwei ganzen seiten wahnsinn ja hier geht natürlich ein bisschen mehr ab da haben sie insgesamt 1234 bauabschnitte auf eine seite draufgepackt und das spart natürlich ganz erheblich an der seitenanzahl da haben wir nämlich nur 46 und 178 bauabschnitte und dann haben wir natürlich hier 183 bauabschnitte und hier enden wir mit das waren aber weniger 178 bauabschnitten wie haben sie das denn gemacht haben sie hier mal fünf bauabschnitte einfach weggelassen was mir auch auffällt ist dass hier die farbe ja die sieht etwas anders aus schaut euch mal das braun hier an vom speeder bike das ist hier bei der kopie rechts gutes stückchen dunkler und hier ist es etwas farbenfroher genauso wie hier hinten diese laser strahlen und das gelb das ist hier verwaschener und hier mit viel mehr farbe so soweit mal dazu und jetzt bin ich gleich mal gespannt wie das ganze dann aussieht wenn es hier zusammengebaut wird aber ich würde mal sagen ein interessanter überblick wobei ich euch echt nicht sagen kann von welchem hersteller diese steine hier sind vielleicht kommen wir beim bauen da noch irgendwie dahinter was das sein könnte auf jeden fall ich habe die bei aliexpress gefunden von den verschiedensten herstellern oder die verschiedensten brandings aber mit keinen konnte ich richtig was anfangen aber ich kann euch so schon mal sagen wenn ich mir das teil hier mal anfühle und dann hier das original von lego das fühlt sich hier auf jeden fall massiver an als das ding hier na egal ich werde es jetzt mal zusammenbauen und dann vergleichen wir original gegen china kopie ich bin gespannt erster zwischenstopp und die frage ist wer ist wer original fälschung original oder hier die fälschung könnt ihr es sagen freunde mal ganz ehrlich ich sage man kann es erkennen wenn man weiß worauf man achten muss also das hier ist das original und das ist die fälschung und ihr seht vielleicht auch schon das weiß ist hier unterschiedlich das original hat ja ein saubereres weißeres weiß als hier die lippin oder nächstes ja keine lippin als die china kopie ich komme mal etwas näher ran dann könnt ihr das sehen die ja die chinesische kopie die ist irgendwie ja ein bisschen gelblicher geraten als hier das original aber ich sag mal wenn man es jetzt nicht nebeneinander sehen würde würde es einem wahrscheinlich nicht auffallen aber wenn man es so genau sieht dann ja fällt es eben doch auf schauen wir uns mal die gesichter hier an der helme oder die helme besser gesagt die sehen von vorne schon sehr ähnlich aus hier gefällt mir sogar die china kopie fast etwas besser als das original von lego zumindest von vorne denn wenn ihr mal hier auf diesen bereich achten der ist bei der lego kopie hier komplett grau mittendrin und nur hier unten haben wir so einen schwarzen stöpsel obendrauf und jeder visor der ist glänzend sieht völlig in ordnung aus und dann nehme ich hier mal die kopie etwas näher ran und da seht ihr dass hier nicht alles grau ist sondern da ist noch ein bisschen mehr schwarz mit drin und das ist natürlich geschmackssache aber mir gefällt so ehrlich gesagt ein klein wenig besser wobei man hier auch direkt sagen muss hier ist ein qualitätsmangel ihr seht hier die farbe die ist nicht sauber aufgetragen die deckt hier nicht komplett und ja also vom design her besser von der verarbeitung her schlechter und der visor hier der ist matt also der glänzt nicht so wie der hier der hier ist glänzend und der hier ist matt einen weiteren unterschied sieht man am kopf wenn ich das mal zur seite drehe hier bei der kopie seht ihr hier dieser punkt der ist hier einfach nur aufgedruckt und bei dem original von lego ist er nicht nur aufgedruckt sondern der ist ja in der form da ist eine extra form drin eine vertiefung und dann natürlich auch noch bemalt und mal hier im direkten vergleich einmal gedruckt und einmal mit original form außerdem sind die spaltmaße hier natürlich wesentlich unschöner geraten kann man besonders hier oben sehen wenn ich das so ein bisschen drehe da haben wir einen deutlichen spalt und das finden wir hier bei dem originalen nicht denn da ist das irgendwie viel viel sauberer zusammengebaut schauen wir uns noch die rückseite einmal an da sehe ich jetzt keine großartigen unterschiede beide haben hier einen aufdruck hinten drauf wobei wenn ich mal ganz ganz genau hinschaue ich bin mir nicht ganz sicher könnte sein dass die kopie da ein bisschen unsauberer wieder gedruckt ist und natürlich die farben passen nicht hundertprozentig ansonsten finde ich da keinen großen unterschied und obendrauf sieht das auch sehr ähnlich aus so bleiben wir direkt mal hinten das passt alles soweit würde ich mal sagen da sehe ich keine signifikanten unterschiede was jetzt hier das angeht wobei wenn wir hier mal auf die beine schauen so das hier ist die kopie und ihr seht das schwarze diese schwarzen beinelemente diese panele meine güte ja die sind mal wieder mega mäßig verkratzt und die klänzen auch nicht so schön und hier original lego ja da ist nix verkratzt der trooper hier der kommt frisch aus der fabrik und das klänzt natürlich wesentlich schöner und sieht einfach viel viel besser aus also da ganz klarer sieg hier für das original im vergleich zur fälschung da sieht das im original viel besser aus so ansonsten die weiter hier unten da sehe ich keine großen unterschiede so von den gelenken her bleibt man stehen wenn ich die mal so ein bisschen bewege dann geht das hier etwas schwergängig aber muss es ja auch sein damit die auch einen festen halt haben wenn man die figuren hinstellt und hier bei der kopie wenn ich das auch mal vergleiche da geht es am anfang etwas schwerer allerdings so in der weiteren beugung geht es dann etwas leichter wobei das auch gar kein problem ist sondern die haben genauso einen guten halt und die lassen sich hier genauso gut positionieren die gelenke wie auch hier bei dem lego original eine sache habe ich noch bemerkt ich habe mich hier bei meinem original verbaut ja damals hier die platte hier die habe ich falsch gebaut denn die muss hier so hoch denn das geht ja übers knie drüber also das muss ich nachher noch mal umbauen schauen wir uns mal den druck hier auf dem vorderen panzer an oder hier auf dem vorderen brust bereich da haben wir erst mal das ganze ziemlich detailgetreu kopiert würde ich sagen also hier beim original und auch bei der fälschung haben wir fast keine unterschiede aber wenn man ganz genau hinschaut sieht man hier eben doch die unterschiede ich gehe mal mit euch nah ran das hier ist das original schaut euch mal den druck an wie das hier aussieht mit den falten die hier mit eingearbeitet sind auch hier mit den falten passt alles und ganz hier unten haben wir diese kleinen striche mit den pfeilen und wenn wir jetzt mal hier bei der kopie anfangen hier unten ja ihr seht schon da ist der druck verrutscht also hier der strich mit den pfeilen das ist nicht da wo es sein soll sondern ist dann quasi schon hier unten über die kante drüber und da sieht man es ist nicht viel verrutscht vielleicht nur einen millimeter aber ja da sieht man eben schon den unterschied ansonsten auch hier die falten alles drin die linien sind alle drin und so von der qualität des druckes her nicht ganz so schön aber auch nicht allzu weit weg vom lego original von daher ist das schon mal ganz gut geraten also ihr seht schon es gibt unterschiede freunde allerdings muss man teilweise schon sehr sehr genau hinschauen um diese erkennen zu können hier habt ihr noch mal die beiden füße der kopie und des originals kann man gut unterscheiden hier durch meinen baufehler beim original und dann ja der größte unterschied sind tatsächlich die beinpaneele die einfach nicht so schön aussehen bei der kopie als beim original ansonsten halten sich die unterschiede hier doch stark in grenzen und ist ganz gut nachgebaut ich muss aber sagen man merkt beim bauen deutlich deutlich einen unterschied zwischen den nachgemachten günstigen china teilen gegenüber von den lego teilen die fühlen sich hier einfach oft schon leichter an ja hohler an und weniger substanziell weniger stabil als die original teile dann merkt man bei diesem set hier im gegensatz zu lippin also da merkt man diesen unterschied auf keinen fall so extrem hier merkt man den qualitätsunterschied doch schon recht deutlich so soweit zu unserem scout trooper ich hoffe das war soweit verständlich schauen wir uns mal an wie weit ich hier unser speeder bike gebaut habe das hier im hintergrund ist das originale ja ich bin noch nicht so weit gekommen das hier ist die kopie ihr seht wir haben ganz ganz viel technik pinne hier verbaut und das hält alles also lässt sich ganz ordentlich verbauen das hält alles auch aber man merkt hier deutlich dass es qualitative ja abstriche gibt auch hier bei diesen pinnen die fühlen sich sehr sehr dünn vom material stellenweise an und sehr leicht haben oft auch irgendeinen grad noch dran den es beim original nicht gibt die klicken nicht so schön aber sie halten das muss ich sagen sie fühlen sich nicht besonders hochwertig und robust an aber sie halten und das halten ist ja hier immer noch das a und o genau das gleiche gilt auch hier bei den lift armen ja die sind ein bisschen verschrammelt bisschen vermackt sie fühlen sich etwas leichter an würde ich so sagen vom vom handgefühl als die original teile aber alles ist soweit im rahmen hält lässt sich verbauen alles okay also hier haben wir den original lego liftarm da sieht man schon der glänzt schön und der sieht einfach besser aus als hier diese china kopie aber noch mehr ist es eben hier die haptik wenn man das anpackt es fühlt sich einfach nicht so schön an wie man das eben gewohnt ist hier von lego oder auch von den hochwertigeren kopien die es aus fernost schon gibt aber wie gesagt das bauen funktioniert und soweit passt das alles schon jetzt bin ich gespannt wie hier der rest noch zusammen zu bauen ist vor allem hier vorne bei den teilen habe ich eben schon erwähnt da merkt man deutlich einen unterschied aber ich habe schon zu viel gequatscht jetzt baue ich das ding mal noch zu ende und unterbreche nur wenn mir was gravierendes auffällt ich bin nachher mal gespannt wie hier der shooter funktioniert original gegen fälschung ja wo er wohl weiter fliegt oder überhaupt überall fliegt wir werden das herausfinden jetzt wird weiter gebaut so freunde abrechnung wer macht hier wen fertig original oder fälschung sie liegen hier ganz schön stark im clinch wie man sehen kann denn beide haben vor und nachteile aber dennoch gibt es einen eindeutigen sieger hier stehen die fertigen speeder bikes das vordere ist die china kopie das hintere ist das original von lego und jetzt gehen wir bei denen noch mal die unterschiede durch und es gibt ganz eklatante und na ich fange mal mit den vorteilen hier des china speeder bikes an und zwar ist mir da aufgefallen freunde es gibt keine aufkleber hier ist jedes teil bedruckt und bedruckt und bedruckt und ja hier hinten auch bedruckt na sowas wie geht denn das das sollten sie vielleicht mal lego verklickern denn bei lego ist ja hier ein aufkleber kann man hier sehen sieht auch nicht allzu toll aus der braunen ton der passt nicht richtig und hier haben wir einen aufdruck und der ist qualitativ in ordnung würde ich mal sagen dann die obere fliese mit den kontroll teilen hier bei lego aufkleber ja sieht okay aus aber auch hier der braunen ton der passt nicht richtig bei der china kopie haben wir einen druck sehr schön wobei naja so richtig schön ist er nicht hier der ist sehr unsauber gedruckt da ist die farbe ausgegangen aber immerhin ein druck von daher der sieht auch in zehn jahren noch so bescheiden schön aus wie jetzt und wie der aufkleber dann aussieht das können wir uns dann vorstellen die seitenpaneele auch hier aufkleber bei lego auch hier der braunen ton passt nicht richtig und bei der china fälschung haben wir einen aufdruck auch da passt aber der braunen ton vom kompletten panel überhaupt mal gar nicht richtig denn schaut euch mal die braunen ton unterschiede an hier vorne von dem teil zu dem teil ja das haben wir hier schon öfters und dann schauen wir uns noch das hinterteil an dort haben wir auch hier beim lego teil ja große aufkleber die hier aufgebracht werden kann man hier sehen ein bisschen staubig schon das fällt jetzt hier von dem unterschied beim schwarz nicht großartig auf das sieht in ordnung aus aber dennoch haben wir hier wiederum einen druck und das geht schon schwerer hoch als hier das hier die kann man wunderbar schön bewegen bei lego hier bei der kopie da kann ich das ganze bike umwerfen und hochheben fast so stramm sitzt das hier drin aber ich wollte euch ja zeigen auch hier ein druck allerdings alles schön verkratzt und verschrammelt also das mit den drucken finde ich auf jeden fall viel viel besser als diese ganze aufkleber flut die hier lego immer abfeuert aber ja so kennen wir die freunde aus bill und ja mittlerweile ansonsten farbunterschiede zwischen den verschiedenen braunen tönen und den verschiedenen teilen das gibt es auch bei lego dieses teil hier ist ein gutes stückchen heller als diese hinteren paneele oder auch das panel hier ja also da haben wir einen deutlichen farbunterschied aber die halten sich sonst in grenzen die übrigen teile haben relativ ja den gleichen ton da gibt es also nur hier von dem großen formteil zu den kleineren teilen hier irgendwie einen farbunterschied da sieht es hier vorne schon ganz ganz anders aus angefangen hier bei der spitze hier dieses teil ist wesentlich dunkler oder wir hatten einen ganz anderen braunen ton als hier oben das bedruckte schon mal zum einen dann natürlich der braunen ton auch hier zu da der passt mal sowas von gar nicht aber hier geht es ja noch viel weiter ja schaut euch mal das hier an dieses seiten panel das bedruckte ist ein ziemlich rot braunes braun und das gleiche teil auf der anderen seite ist man ganz anderer farbton würde ich mal sagen jetzt von hier oben betrachtet sieht man dass die beiden die passen vom farbton her ja mal sowas von gar nicht zusammen also das sieht dann bei lego doch schon mal einheitlicher aus dann haben wir hier bei lego diese lift arme hier diese braunen ja die passen ja ziemlich gut hier zu den anderen braunen tönen und hier mal sowas von gar nicht da haben sie einfach mal einen ganz anderen braunen ton geholt der irgendwo noch umgelegen hat noch mal ein anderer also wir haben einen zwei drei vier verschiedene braunen töne schon mal hier hinten verbaut ja dann geht es weiter und beim restlichen bau hier hinten sieht es dann schon mal etwas besser aus etwas einheitlicher und ja hier hinten wird es wieder etwas interessanter von den braunen tönen da seht ihr habe mir wieder zwei drei verschiedene und mal der popo vom speeder bike von lego da sieht das schon mal ein bisschen weniger zerklüftet aus was jetzt hier die farbtöne an betrifft also da ganz deutlich einige unterschiede und wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter zurück gehe und ihr schaut euch mal hier die schläuche an und hier die schläuche ja der nicht farbenblinde hat erkannt bei lego sind die schläuche schwarz und hier bei unserer kopie dort sind sie silbern ja haben sie einfach mal silberne schläuche verbaut finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm ist halt geschmackssache aber ich drehe die ganze schose mal etwas um dass man das hier schöner vergleichen kann dann haben wir hier diese kleine ja ich weiß nicht so eine turbine auch da mit einem schwarzen schlauch beim original und auch hier bei der kopie haben wir die turbine mit einem silbernen schlauch naja soweit eigentlich nicht so schlimm aber jetzt kommen wir zu einem bereich freunde der ist mal richtig schlimm schaut euch mal hier den shooter an das ist der original lego shooter und ich schieß mal der ist ganz ordentlich weit weg geflogen da hinten liegt da und jetzt haben wir hier den shooter unserer lego kopie und vorsicht freunde ich drücke mal ab ganz voll in die kamera rein und ja da passiert gar nichts denn der rastet hier nicht einmal ein wenn ich den pfeil hier oder das geschoss hier rein drücke ja das arretiert überhaupt gar nicht also das ding ist mal komplett im eimer und ich habe es schon hier mit dem ersatz fehl auch probiert und sogar hier mit dem original lego feilen funktioniert nicht also der shooter hier vorne dran bei der kopie den könnt ihr mal total in die tonne treten freunde das hier das ist ein kinder sicherer shooter also da passiert nichts da geht nichts ins auge da wurde mal ganz ganz groß auf sicherheit gebaut oder man könnte sagen das ding ist einfach im eimer naja ok soweit dazu shooter voll ausfall tja und einen weiteren ausfall muss ich hier leider bei den fußstützen vermelden hier bei dem original haben wir hier hinten die fußstützen dahinten kann man zehn einmal rechts einmal links wo dann die füße von unserem stormtrooper oder scout trooper die wirken sicher immer noch ja wo die dann drauf positioniert werden und hier haben wir ja wo ist er denn da ist gar nichts also hier auf der rechten seite habe ich gar keinen fußhalter dran bauen können da die teile dort gefehlt haben und auf der anderen seite ja da ist das hier viel zu lang da war hier eine viel zu lange achse mit dabei also ich habe hier nur eine fußraste und ich zeige euch noch mal hier die teile die übrig geblieben sind also daraus kann ich so eine fußstütze wie wir sie hier sehen auf keinen fall bauen ich habe es mal hier versucht aber mir fehlt eine achse mir fehlen andere teile und ja da ist einfach beim abpacken irgendwas schief gelaufen eine fußachse oder eine fußstütze zu lang und eine ja glänzt völlig mit abwesenheit also da muss man mal ganz deutlich sagen ja noch ein weiterer total ausfall so aber bevor sich hier die kollegen jetzt weiter wirken setze ich sie noch mal auf speeder bike und dann schauen wir uns mal an wie das dann aussieht in flugposition so beide kollegen sind aufgesattelt hier die china kopie hier original lego und ja man sieht sie sitzen eigentlich beide relativ gut im sattel auch wenn hier unser mann aus china hier hinten das beinchen einfach mal ein bisschen anheben muss denn er hat er hier keine stütze unten drunter ansonsten ja lässt er sich auch gut hier drauf positionieren passt hier die untere stütze die ist halt so lang und er geht hier bis zum boden runter ja ansonsten geht in ordnung kann man machen man kann sie vielleicht am besten dann ganz abbauen aber ich will es gar nicht schönreden da fehlt ein ganzes teil von diesem set hier das ist murks und das darf nicht sein auch wenn es nur 15 oder 13 euro kostet nee das geht mal gar nicht so er kommt man hier zur seite in deine shame ecke und wir haben unseren original lego scout trooper dann hier auf sitzen der sitzt fest im sattel hält sich gut fest und hat einmal hier seine fußstütze und genau das gleiche dann noch mal hier auf der anderen seite also stabiler sitzt auf jeden fall der lego kollege aber fliegen können beide kommen wir mal zum fazit freunde natürlich wir müssen bedenken wir haben hier große preisunterschiede allerdings auch große qualitätsunterschiede wer nun mal kurz was bauen will und irgendwie was da wo es mäßiges sich dann ins regal stellen will der kann meiner meinung nach hier durchaus zum jahr zur china kopie greifen für 13 euro seid euch aber dafür bewusst spielwert von der kanone ist 0 ihr müsst damit rechnen dass teile fehlen dass die farben nicht so schön sind dass es farbunterschiede gibt dass die teile ziemlich vermackt und verkratzt sein können und ja dass auch manche teile nicht in der richtigen farbe dann dabei sind ansonsten der bauspaß der ist durchaus gegeben manche teile waren ein bisschen schwer zusammen zu drücken aber im endeffekt hält hier alles ganz gut ihr seht ich kann das auch hier hochheben das ist also nicht nicht großartig in stabil dass da sachen abfallen von daher geht's schon in ordnung auch wenn man deutliche qualitätsunterschiede zum original von lego hier feststellt beim bauen und bei lego hat man natürlich hoffentlich auch noch mal einen sammler wert später und die deutlich bessere qualität wobei ich lego ganz deutlich sagen muss freunde hört doch mal mit diesen aufklebern hier auf macht druck drauf das kann hier jemand für 13 euro in china machen wieso könnt ihr das nicht machen diese aufkleber finde ich einfach nicht gut bei lego ansonsten klar das bessere set ist das lego set qualitativ absolut überlegen aber wenn du ein bisschen star wars haben will ein bisschen was bauen will keinen wert auf wert zuwachs legt der kann auch hier zur china kopie greifen also ich hoffe das war jetzt ein recht deutliches video freunde ist natürlich nicht repräsentativ es gibt so viele klemm baustein hersteller in china und ich bin mir noch nicht ganz sicher ja wer das hier gebaut hat und ich kann euch sagen ich habe hier ja schon eine ganze menge aus china und aus fernost gebaut und die sachen sind ganz ganz häufig qualitativ echt auf einem guten niveau vielleicht nicht immer auf lego niveau aber ganz ganz nah dran und die werden vor allem auch immer besser von daher nimmt das nicht als generellen vergleich von china zu original lego sondern einfach nur mal als beispiel wie es schlecht gemacht wird im vergleich zum original aus billund so freunde das wäre es gewesen ihr findet beide links übrigens hier unten in der video beschreibung ja wer hier mal für 13 euro sich einen scout trooper bauen will oder vielleicht den hier als stand dubbel benutzen will ich sag mal hier so ein 60 euro set würde ich jetzt wenn ich irgendwie ein lego filmchen dreh vielleicht nicht an die wand fahren lassen aber hierfür so 13 euro stand dubbel ja könnte man schon mal machen und wenn ihr noch mehr bauten sehen wollt auch hier von klemm baustein herstellern aus china dann schaut einfach mal in meine playlist lego leppin und co macht's gut auch